Hallihallo, bei einem neuen Abend ToadshimmonEarl, da alles furchtbar kommentiert. Der Alex hat es in der letzten Folge gut vorhergesehen. Ich werde nicht aufhören zu ruhen, bis dieses Spiel vollendet ist. Hallo Alex. Hi, und ich habe gemerkt, mein schlechtes Spiel hat nicht an mir gelegen. Das war der Charakter, den ich gesteuert habe. Jetzt habe ich mal einen anderen genommen. Jetzt geht bestimmt alles viel besser. Ich habe schon gehört, du kannst das Parkohren besser nutzen, gell? Ja, richtig. Ich kann es umsonst Parkohren nutzen, wozu ich die Parkohren auch immer brauchen werde. Ja, für die Levels, die du ganz gern gespielt hast. Ach du Scheiße, jetzt... Okay, ich stehe dann auch mal auf. Mal gucken, was wir hier noch so anstellen heute. Hey, oh. Ach nee, warte mal. Was mache ich hier eigentlich? Ach, schön, dass du wieder alles lootest. Wieso? Ich habe nur noch eine Partikel genommen. Und die Kohle, ich habe es gesehen. Stimmt, die Kohle habe ich es genommen. Ich bin die Frau. Aber du kannst ja eh nicht mit Geld umgehen. Ja, genau deswegen. Ach so, jetzt schüttelst du wieder jeden Baum, ne? Ich wollte nur noch mal reinschauen, ob da irgendwas ist. Da habe ich es ja gemeint gehabt, dieses X drücken, also das hier, sagt quasi, ob da schon was im Busch ist. Dachte ich. Also, die Bäume wackeln halt so komisch. Muss ich mal ausprobieren. Ne, ich übersetze das nicht. Wieso übersetzen? Äh, ich... Äh, äh... Guck dir die Farben an. Ich bin schon wieder paralysiert. Äh... Also gut. Halt, der Geschenke-Klo? Tatsächlich. Ach so, der hat einen Dreck mit einem Geschenk. Ah. Schau mal hier, da ist eine Parkuhr. Nutzt doch gleich mal die Parkuhr. Ah, kann es sein, dass... Alle Sträucher, die wackeln, da ist dann auch was drunter. Oder Bäume. Ah ja, das könnte sein. Ja, tatsächlich. Oh, cool. Spart wegen ein bisschen. Na toll. Poling-Klo. Huch. Oh, Parkuhr. Ich habe jetzt nicht mehr aufgepasst. So, und jetzt? Hä? Das ist die nächste Parkuhr. Jetzt kannst du so lange Parkuhr aufmachen, bis du irgendwann eine Tür kommst. Was ist das? Das ist ein Knopf, der macht meistens die Tür auf. Und jetzt? Da, noch ein Knopf. Ja. Das ist so ein Geschenk. Ja, ne? Und den krallst du dir jetzt, oder wat? Nein, nein, nein. Nimm den. Ja, 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 ja. Ich schüttel mal im Haus hier. Stopp that! Okay, also gut. Wir brauchen jetzt erstmal eigentlich nur den Fahrstuhl, korrekt? Ja. Eigentlich wollte ich dir in Gebüsch schütteln. Nötig. Du kannst doch einfach die Finger nicht von mir lassen, oder? Komm, trage ich einen Top, ist es wieder alles. Ah, ich habe den Tippen da. Den Geschenkwecker im Tippen eingefangen. Cool, da oben ist noch einer. Hab dich. Äh, ich gehe dann mal über das Wasser. Oder durchs Wasser. So, da ist noch ein Gang. Ah, da ist der Aufzug. Nein, 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 nein. Was? Dann, auf, auf. Nächstes Level. Ich komme, Levander. Oha. Was haben die eigentlich alles in dem Aufzug? Ich habe keine Ahnung, es scheint echt eine Party da drin, um abzugehen. Hm. Es scheint aber zu einem Flüster zu sein. Aber das Bier haben sie da drin. So. Oh, look. Time, my game. Oops. Huch. Pizza. Oh, guck. I'm your biggest fan. Oh, God. Oh, nein. Ich habe den Candy gefunden. Ich habe einen Fan an der Backe. Gebackt. Ich habe schon gehört. Da wackelt auch was noch im Gebüsch. Ah ja, das ist nur so eine Kugel. Ist das irgendwo ein Telefon? Immer als einfach mal ein irgendein Geschenk auf. Telefon. Ich sehe da. Oh, da. Telefon. Ah, da ist ein Tanz-Ding, ich tanze mal Was habe ich jetzt gemacht? Ein bisschen Erfahrung vielleicht, für die späteren Levels gleich Oh, ey, die, die, die Tanz-Olga da Ach, ja Zwei Erfahrungspunkte, nice Da habe ich ja richtig gut gerockt hier Aber immer ein bisschen auch Da wird so eine Parku auf Ah, hat Schlupf Ah, die kostet ja nur 10 Pennies Na und, immerhin Im Kleinen bist du also sparsam Oh, oh, ich weiß nicht, wohin ich renn Oh, ja, super Ich habe ein Problem Ich bin abgestürzt Oh, nein Oh, nein Oh, nein Geh weg Oh, Gott, ich bin am Arsch der Welt gelandet Hä, mit welchem Knopf muss ich nochmal die Bäume schütteln? Ach, jetzt Wie? Hast du die ganze Zeit gemacht? Ja, aber irgendwie hat das ganze nicht funktioniert mehr Oh, das dauert ein bisschen bis ich wieder hier bin Oh. Gehst du weg, da Gehst du weg Geh weg! Ich komme! Ich habe doch den Aufzug gehört! So! Ich habe Pflichtverteilen! Ein Träumschirm! Und ein bisschen Erfahrung gibt es auch! So! Dann laufe ich schon mal zum Aufzug! Ja! Ich mache mir auch schon mal auf den Weg! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Nicht dieses Ding! Nein! Was kann ich denn noch so an Geschenke aufmachen? Ah! Das kommt irgendwie davon, wenn man hier alles aufholen möchte! Was zum Teil war das denn? Wir schmeißen uns verbote Geschenke weg! Prost! Oh Gott! Ach ich bin so verliebt in dich! Toll! Kann schon gar nichts mal geradeaus gehen! Nein! Autsch! Hör auf! Autsch! He he he! Au! Was machen die da drin? Was zum Teufel treiben die? Ja super! Also so lange ich verliebt! Also so lange ich verliebt, wenn man geradeaus kann, bleibe ich da in einem Aufzug! Sonst komme ich da ja eh nicht weg! Jaaa... Ich habe die Zigarette, die Ehe ist da unterwegs! Äh... Nein! Nein! Das ist so lauter Scheiße hier wieder! Autsch! Okay, das war... Noch irgendwas zum Verstecken? Au! Ich sieht mich keiner! Okay, ich hätte einen Aufzug gefunden! Also ich weiß zumindest nicht mehr... ...Ulteile ran! Naja, wo das eine hatte ich jetzt noch so geahnt aber... Ich habe keine Ahnung! Ich habe alles vom letzten Run irgendwie verdrängt! Wissen wir jetzt was knallt? Oh! Wollen wir mal! Ich bin dran vorbeigelaufen! Wow! Blitzdings! Sonst vergesse ich den Standort! Geh weg! Wow! Und jetzt da noch ein durchgeknallter Maulwurf! Nein! Ich will doch nur das Teil! Haps! Schön! Das ist ein Wunderglas-Zeit! Ja, wenn wir so weitermachen sind wir in 5 Minuten fertig! Ah! Hoch! So, kommst du zum Aufzug? Ja, ich bin unterwegs! Ich bin ja schon fast da! Guck dir das an! Ich habe noch alle 3 Leben! Das ist der Hammer! Ja, das ist absolut unterbrochen! Ja, ich entwickle Skill! Oh Gott! Dieses Bunde! Erslinge zerplatzen! Wie denn? Man weiß es nicht! Ok, da unten ist gleich ein Telefon! Ich habe ein Paket geschenkt, da kann ich gleich den nächsten Fahrstuhl bezeigen lassen! Oh oh! Das werde ich glaube ich gleich tun! Wenn ich so ein Spastiel... Nein, geh weg, geh weg, geh weg! Da kommt noch ein Boogieman auch noch, ne? Boogie, 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 boogie! Uff! Die habe ich gar nicht gesehen! Ich level das mal auf! Wie du kannst leveln! Ich kann dann unleveln! Ich habe einen Aufzug! Ah, Moment! Moment! Das könnte ja sein, dass du es ja gar nicht richtig aufzug bist! Ja, das könnte sein! Ah! Ah! Nimm das jetzt schon mit Schauf! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Geh da mal rein! Ich folge dir! Achtung! Achtung! Ist der Richtige! Ist der Richtige! Naja! Level 5 zum gemein ist das Spiel dann doch noch nicht! Jaaa! Doch! Klar! Aua! Ja! Das war wunderschön! Ah! Das war dieser Treibshand! Mhm! Jaaa! Wow! Ach Gott! Ich habe wieder gar nicht ausge... Oh! Eine heilige Crew! Uiuiui! Das passt ja zusammen! Die zwei innen da unter sich! Der klaut mein Geschenk! So, Lu! Da ist das Geschenk! Ach ja! Warte! Dann schwimme ich doch da noch! Oben! Hallo! Oh! Da steht ein Exhibitionist! Echt? Also könnte man meinen! Das sieht echt so aus! Ich leif da mal vorbei! Hallo! Herr Doktor! Na gut! Ich weiß eh nicht! Hm! Hm! Such mal links rum! Ah! Einen Aufzug habe ich gefunden! Was ist denn das? Nein! Der hat mich runtergeworfen! Ach! Ich hasse dieses Spiel! Na hast du alle Leben, ja? Ja! Ich weiß noch nicht, wie ich zu dem Aufzug komme! Hm! Scheicht da unten irgendwo rum! Da ist schon mal nichts! Nein! Oh Gott! Ich hab dich doch! Da also! So viele Geschenke! Ja! Verschliessen! So! Einige meiner Geschenke wurden verschliessen! Aha! Ja! Und ich hätte es lieber wieder! Ich weiß nicht, wie ich wieder hochkomme! Und Zweifel mit dem Aufzug! Ja! Ich finde aber keinen Weg! Das ist doof! Hier vielleicht? Auch nicht! Ähm! Ach! Diese Hinterbrigade! Autsch! Ich suche eigentlich nur so einen weißen Mann! Okay! Ich habe zwei Aufzüge gefunden! Wir spielen wieder Lotto! Naja! Das Problem ist, ich komme nicht hoch! Ich bin auf so eine Insel gefallen! Und es gibt keinen Weg! Oh! Aber kann ich mich zu dir irgendwie beamen? Ja! Mit einem Geschenk! Wenn du das Richtige hast! Gehst du auf seine? Ich will nichts von dir! Alter! Die zieht mir die ganzen Dollars aus dem... Oh Gott! Jetzt tanze ich! Oh Gott! Uiuiuiui! Hm! Oh nein! Du ist ein Hai! Oh Gott! Ich mache gerade alle Geschenke! Geh weg! Geh weg! Oh ey! Oha! Ich will ne Ma! Ich komme nicht zu dir! Keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung! Es sind nur ein paar Geschenke! Regenwolke! Das war ein Fehler! Jetzt bin ich auch noch gleich tot! Ich bin tot! Nein! Ich dachte ich tauch bei dir wieder auf! Oh! Es gibt die Weihn... Weihnachtsmänner auch noch! Nein! Nicht Blitz Dingson! Nicht Blitz! Oh Gott! Doch was ist denn das hier? Geh weg! 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 Ja super! Oh nein! Der größte Fan ist auch wieder da! Ey! Ich komme nicht hin! Weißt du was ich jetzt mache? Ich fall noch ne Ebene runter! Geht das irgendwie? Und dann? Versuche ich von da wieder hoch zu kommen! Hä? Der Aufzug bin nicht immer wieder... Ja ich bin nicht zu dem Aufzug gekommen! Da ist kein Ding mehr! Also wenn du jetzt in den 5. Level gehst dann... Oder in den 4. Dann kommst du dann auch wieder in den 5. Das ist dir hoffentlich klar! Junge! Es gab keinen Weg zum Aufzug! Ich war auf so einer komischen Insel und ich konnte nicht weg! Achso? Da hat sich kein Weg aufgetan! Nicht... Wer sagt das so? Habe ich gerade vorhin schon! Du hörst aber nicht zu! So! Jetzt bin ich in Richtung 5. Hihihi! Und rennen jetzt zum anderen Aufzug! Au! So! Naja... Rennen... Würde ich jetzt das so zieht nennen! So! Bin gleich da! Ja! Schutzblase! Ich sehe das hier wieder verstärkt! Ich glaube die Geschenke reparieren! Aha! Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Schutzblase und ich weiß nicht was das bringt! Kaputt! Ich habe kaputte Geschenke! Schutzblase! Ah! So! Zu welchem Aufzug gehen wir? Bei dir in der Nähe? Ja! Erstmal Teil noch suchen! Was treibst du eigentlich die ganze Zeit, dass du das Teil immer noch nicht hast? Ich habe jetzt Geschenke aufgemacht! Und habe jetzt einen Schutzblase! Mit dem kann ich alle Gegner wegrempeln! Schön! Und einen weißen Mann zurück zum Auflernen! Da ist er doch! Oh! Da ist auch noch ein bisschen Kohle! Oh! Da ist eine Tür für ein extra Level! Ja! Dumpfbacke! Wo ist denn dieses blöde Teil? Ja! Dumpfbacke! Wo ist denn dieses blöde Teil? Oh! 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 Ich bin schon wieder weg! Ich weiß nicht! Ich... Keine Ahnung was ich da machen muss! Ich glaube das kann... Ich bin wieder da! Mhm! Ah! Was? Hä? Du musst durch diese Tore und diese Portale, mit A, dich quasi unsichtbar machen. Das will ich doch. Ich nehme mir die Geschenke einzeln, wenn es geht. Achso, du drückst sauerhaft, oder? Ich drück hier permanent, ich mach jetzt permanent drücken. Nee. Ah, kann wahrscheinlich dann wieder ganz gut aushilfen. Ja, muss man das nicht? Hört die auch irgendwann mal auf? Hey, warum bin ich jetzt schon wieder weg? Okay, bin weg. Nee. 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 Ah, ja. Hammer. Hammer war mal richtig gerockt hier. So, welchen Aufzug nehmen wir? Ja, ja. Wir brauchen das Teil noch. Achso. Hm. Achso. Kurz-Teleportation. Ja, ich hab nicht Verdacht. Na ja, das kann ja... Eigentlich nur noch da links sein. Ah, nee, 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 nee. Ich seh's ja schon auf der Map. Hä? Bin ja so blind. Ach Gott, ey. Du bist ja schon tausendmal dran vorbeigelaufen. Achso, ungefähr. Da ist es ja. Ja, dann gehen wir auch zu dem Aufzug, oder? Testen wir den gleich. Los, können wir tun. Ich hab Mufa. Juuu. 100 XP. Soll ich mal dran essen? Ach komm. Im Aufzug erwischt er mich? Ach nein. Ja, ich geh wieder raus. Der ist mir zu doof, der Aufzug. Der war nicht sauber genug. Ich könnte mal was zu essen gebrauchen. Der Rasenmäher, ein Nervzwerg ist wieder da. Soll ich mir einfach mal den Geschenk wieder auf dem versteckten Weg zeigen? Aha. Oh, oh. Ich hab einen Nervzwerg auf mir. Ahhhh. Hilfe. Kohle. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach komm ey. Du kleiner Assi. Drecksknipser. Ich warte. Ja, ich bin da. Du bist am Start gleich für den nächsten. Nein. Ich fall eh erstmal wieder runter. Das ist so alte Tradition auf jeder neuen Map. So. ok da müssen wir noch einen aufzug finden ich habe ein geschenk da kann ich ich hatte ein geschenk jetzt habe ich es nicht mehr was mache ich jetzt damit schwimmring du kriegst hier aber auch nicht los wenn die eimers waren die dran sind jetzt habe ich den anderen teile auch noch oh man ich habe einen aufzug Sonnenblume 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 komm doch mal für den Aufzug ja ja ich habe jetzt erstmal ok Sonnenblume so wo ist denn der Aufzug da oben oh nein oh nein komm ich mache jetzt sogar die Schuhe auf oh nein bei mir oh das war der richtige juhu nächste Welt ich freue mir ich frage mich gar nicht warum das Spiel überhaupt solche eigentlich relativ langen Ladezeiten hat oh nein da ist ein Burger noch du hast gerade in den Busch geschüttelt und ich bin voll reingerannt jetzt habe ich ihn da kaputte Kurzelebatoren oh nein da ist ein Aufzug da ist ein Aufzug nein ich habe ein Ding kaputt gemacht in Weißen da ich wäre eigentlich wollte ich da ein Level abmachen ja dann kommst du lieber in den Aufzug machst du nächste Runde ein Level ab ja dann mach ich jetzt noch ein Dance sicher hm bisschen Erfahrung mitnehmen hallo ich möchte später ein bisschen länger leben als nur einmal angehütet zu werden da guck mal da ist wieder der ach du bist ja ein Schatz du so können wir das ein bisschen beschleunigen ja ja scheiße hä was macht ihr hier ach ihr Tal keine Ahnung ich habe jetzt nicht verstanden was das eigentlich so ist du musst die richtigen Klöpfe tun ja ne 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 das war ja du bist ja ultra schlecht ja schau mich an ich bin jetzt so der Tänzer hm so jetzt tanze ich mal ja ich bin Kohlkopf wuuu ja Inventargröße was macht denn der jetzt ja genau das habe ich mir auch gedacht das dauert ja irgendwie du musst am Anfang nämlich irgendwas machen ne ne du musst am Anfang irgendwas machen jetzt Geschenk wird da beim Geschenk umtauschen aha essen ok naja naja so viel besser warst du jetzt aber auch boah das war unfassbar besser jajajaja hihihi komm lass uns aufzufahren ach jetzt wollen wir wieder aufzufahren bist du in der Lauf gestiegen ja was ich bin jetzt schon der Kohlkopf ja das weiß ich hihihi eigentlich war mir Wiener da lieber so wieder kein Geschenk aber ein Telefon Tiflohn Tiflohn eh das ist halt klar die Frau rennt sofort zum Telefon ja natürlich hä neiiiin geh weg mit deinem Kippeln hihihi 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 oh shit ich du nur scheiße ausgraben da ist ein Aufzug hihihi ist der Eiffel find ich gut oh neiiiin der größte Albtraum magst du keine Kinder doch zehn Meter weg von mir ist n sie cool hm hihihi neiiiin shit ich hab nicht aufgepasst hihihi du warst sehr leuchtgläubig und du hast gedacht das wird schon der Richtige sein ne jaa ohne scheiß ach kacke jetzt bin ich wieder da unten warte mal ich seh dich sogar da unten das ist ja witzig geh weg du blöder Briefkasten des Grauens so jetzt quatsch ich den an und steig ich auch ein Level auf hallo wollen wir reden ich spinn Kohlkopf Inventargröße Inventargröße Geschenkfertigkeit okay also ich glaube wir sollten mehr Geschenke aufmachen es gibt auf jeden Fall Erfahrung ähh komm ja komm dann knipst du mich an ich komme ja super ich hab ja wieder so nen weißen Mann in den Abgrund geschickt Spawn und fällt direkt runter oh nein 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 das war keine gute Idee oh Gott Kind mit Einkaufswagen ausgepackt oh man oh man oh man ja aber da oben ist ein Fahrstuhl da ist ein Aufzug ja da ist ein Döllerchen können wir nochmal was aufmachen guck mal ich hab noch Essen guck mal ich hab noch Essen ach komm nimm du auch noch ich geh jetzt noch hey 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 was ist denn hier unten los geh weg ey wa du hast aber auch keine Chance weil du einfach nur so durch die Gegend schleichst ach ja jetzt ist der Yugi auch noch da das kann ich nämlich noch mit ich bin doch da nur noch was zu essen Futter nein nicht den Schnupfen Mann macht was ihr wollt ich geh da hoch also wenn der dich anhörst dann kannst du zwei Wochen in Quarantäne ja super ich sollte nochmal zurück ok die Aufzugsmusik gerade ist sehr komisch normalerweise ist die ja schon teilsam aber das ist sehr komisch Telefon ja das Essen hätte ich ganz gerne wenn du nichts dagegen hältst ja dann nimm du erst da ist auch noch eins ohpala da geh mal runter da ist was zu essen noch naja ich find schon noch was was hab ich denn da jetzt für der Achtung du hast den Fluchkobolt herzlichen Glückwunsch ein Fluchkobolt was machen die Flü- die werfen die Flüche nach dir aha ohne Flachs ja ok ich hab die noch nicht gesehen mein eins von meinen Geschenken wurde verschlüsselt ok hey ich krieg nur scheiß Geschenke schwarzer Freitag was ist denn das jetzt na super du hast den Aufzug gefunden da oben ja aber wir brauchen einen Teil oh nein ach komm geh weg mit einem Kind scheiße oh nein nicht unterwerfen nicht unterwerfen was zu essen check in the box geh weg huch oh nein die Jodelfrau die hab ich vermisst weißen Mann zeigen lassen weißen Mann zeigen lassen ah ja aha ok also ich hab einen weißen Mann gefunden für den Fall der Fälle das mal in blau was zum ja das war ein Geschenk scheiße brauch das Essen ja ja machen wir da unten ist jedes Teil schon ich mach jetzt hier nur Geschenke auf Kraftfutter was ist das oh Erfahrungspunkte juhu wow cool dass ich da mal schlafen ja super oh ich hab ein Jackpot erwischt ja oh ich hab ein Jackpot erwischt ja super oh ich hab ein Jackpot erwischt ja ja ach komm Mann nein geh weg da juli was hab ich denn noch Schwimmering da ist noch was unbekanntes Geschenke rauswerfen oh komm Mann ernsthaft ja ich hab ein Jackpot erwischt ja ich hab ein Jackpot erwischt ja ja ich hab ein Jackpot erwischt ja ich hab ein Jackpot erwischt ja doch extra leben ach das war ein extra leben achso das wäre denn das doch ja okay geh mal wieder hoch zu warte mal ich hab noch irgendwas ja wie kommen wir jetzt an dem rohen Dödel da vorbei achso ich hab noch mal wieder weißen Mann zeigen ja du hast nen Level Up schon wieder zi 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 ah sehr gut wow treffen sollte man sich's wohl dazu nicht lassen waaah ey wie unfair ach kommt schon you lady you lady you lady ich geh nochmal zum weißen ey das ey das also ich komm nicht rein ich komm nicht vorbei hast du kein ich komm zu dir geschenk oder so ich komm gleich zu dir geschenk ja dieser blöde Arschgaul da geh weg jetzt oh ne oh ne ah super jetzt bin ich nix mehr unsichtbar na herzlichen dank okay bloß weg hier bloß weg hier ja ich hätt ganz gern noch irgendwie ein bisschen Erfahrung oh nein oh nein oh nein ich bin so gut wie Toad oh nein oh nein ne Regenwolke ich bin so alt hm 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 ich bin auch ein Nerd sein hm 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 Ask. ah hm 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 Ja, ich hab 5 Läden gemetztet. Beschreckenderweise hab ich noch 3. Super, du machst die Tür auf und schon eine schlechte Zeit. Und das Geschenk hast ja wohl du geöffnet. Ja, ich hab Erfahrung gebraucht.